In der Kölner Buchbinderei Mensch ist die Werkstatt das Zentrum der Arbeit. Inhaberin Sarah Stahl ist gelernte Buchbindermeisterin und beherrscht die traditionelle Technik ihres Handwerks perfekt. Sie bietet vielfältige Leistungen, setzt jeden Auftrag gekonnt um und begeistert durch ihre Kreativität. Das Team des Traditionsbetriebes fertigt einerseits klassische Bücher in Kleinstauflagen bis zu 200 Stück. Andererseits entstehen hier Unikate wie Fotoalben oder Gäste, Hochzeits- und Skizzenbücher. Zusätzlich werden Sammelmappen, Froschmappen, Präsentationskästen und Buchkassetten produziert, die zum Beispiel durch eine Prägung oder Handvergoldung veredelt werden können. Auf Wunsch erstellt das Team außerdem repräsentative Werbematerialien und Lederprachtbände als Geschenk bei privaten Jubiläen oder für Firmen. Im Schauraum können Sie die hochwertigen Produkte begutachten. Ihr Lieblingsbuch ist in die Jahre gekommen. In der Buchbinderei Mensch wird es professionell repariert.